Ja, danke. Michael, warum suchst du mich immer raus? Aber... Junge, Junge, das ist... Michael Santos, guten Abend. Man macht das nicht, Michael. Oh mein Gott, das ist... Das ist, ich verstehe gar nicht, dieses Mann... Das ist 13 Minuten reden, nur eine selbe Leute. Kann nicht weitermachen, so telefonisch. Guten Abend. Ja, guten Tag, hier ist Alexander. Wie geht's dir? Danke. Tschüss. Oh, Mann. Das ist, geht nicht so, geht nicht so. Was mache ich? Liebe Zuschauer... Zuschauer... ...dass ich sage, Entschuldige, nicht lachen. Fast 15 Minuten... ...ist nur... Jetzt... ...liebe... Michael Santos, guten Abend. Guten Tag, mein Name ist Stefan. Können wir... Gibt es eine Möglichkeit, die Konzette nochmal... Michael Santos, guten Abend. Doch, Klaus. Gibt es eine Möglichkeit, das Band noch einmal zu hören? Das ist, leider, sieben Minuten... ...geht nichts, bitte. Bitte... Bichas, Andress, guten Abend? Guten Tag, mein Name ist Martin. Oh, das ist genug Arbeit, das ist... Mein... Es ist, Heli, das ist mein Bruder. Warum wirfst du den denn immer raus? Ja, das würde ich auch, Tim! Oh, mein Gott. Gott mir schütze. Wie schaust du's gut haben? Ja, guten Tag, Frau. Frau, ich habe die Fabrik. Oh, die ist... Wie schaust du's gut haben? Wie schaust du's gut haben? Oh, mageliebe. Wie schaust du's gut haben? Ja, doch, jetzt ist Licht. Michael Santos, guten Abend. Hallo, Michael. Oh, bitte, bitte. Ja, ich gerüchte dich. Das ist genug, Meister. Aber... Jetzt ist der Weinen, aber bitte. Genug. Ich hatte mal eine Frage. Was? Hast du dir eigentlich schon mal einen runtergeholt? Wie schaust du's gut haben? Ist du schwul? Oh. Jus, erster Mal heute. Wie schaust du's gut haben? Ja, hallo, Michael. Hier ist der Kram-Sie. Fast eine... Oh, ich war ganz verrückt. Schrecklich. Nee, schrecklich. Die selbe Leute, nur blockiert den ganzen Zentrum. Diese Fechte. Blockiert den? Was ist... Das ist selbe Leute. Wir holen... Alles... Alles... Das ist sehr komisch. Nichts komisch, diese... Entschuldigen. Warten, vielleicht nette Leute. Ich bin ganz müde. Ich bin... Oh, mein Gott. Für mich so schwer, diese... Michals, haben Sie es guter Abend? Michals, haben Sie es guter Abend? Ja, hallo. Ja? Ist der Michael? Ja? Ja, ja. Ja, ja. Oh, mein Gott. Ja, das ist der... Ja, guten Tag. Bitte? Michael? Ja. Mein Name ist Peter. Ich rufe hier an aus Herdersdorf. Weißt du, wo Herdersdorf ist? Nein. Ist im Osten. Ehemaligen Osten von Berlin. Ja. Mein Name ist Hund. Oh. Gott mir helfen. Mein Gott. Michael Santos, guten Abend. Ja, Michael. Ich glaube, du musst mal richtig gefickt werden. Oh. Nochmals. Damen und Herren, guten Tag. Ich glaube, es ist unser Kanzelreich. Ich weiß nicht, diese... Damen und Herren. Ich weiß nicht, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, dass er sich ausgelöst ist. Untertitelung des ZDF, 2020